Du musst dein Gemüse essen. Du musst dein Gemüse essen. Cola ist ungesund. Cola ist ungesund. Ich will dich küssen. Ich will dich küssen. Ich will dich küssen. Nein, du darfst mich jetzt nicht küssen. Du musst das Abendessen kochen. Du musst das Abendessen kochen. Du musst die Wohnung aufräumen. Du musst die Wohnung aufräumen. Du musst das Geschirr abwaschen. Du musst das Geschirr abwaschen. Du musst das WC putzen. Du musst das WC putzen. Du musst die Wäsche waschen. Du musst die Kleider bügeln. Du musst die Kleider bügeln. Du musst das WC putzen. Du musst das WC putzen. Du musst das WC putzen. Im janoar ist Winter. Im janoar ist winter. Du musst das WC putzen. Im Februar ist es kalt. Im April ist Frühling. Im Mai blühen die Blumen. Im Juli ist Sommer. Im Juli ist Sommer. Im August ist es heiß. Im August ist es heiß. Im Oktober ist Herbst. Im Oktober ist Herbst. Im November regnet es oft. Im November regnet es oft. Am 4. März mache ich eine Party. Am 4. März mache ich eine Party. Am 5. Januar habe ich frei. Am 5. Januar habe ich frei. Mein Termin ist am 6. Februar. Mein Termin ist am 6. Februar. Am 14. Mai ist das Fussballspiel. Am 14. Mai ist das Fussballspiel. Am 14. Mai ist das Fussballspiel. Hast du Kinder? Hast du Kinder? Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Ja, ich habe einen Sohn. Ja, ich habe eine Tochter. Ja, ich habe eine Tochter. Ja, ich habe eine Tochter. Ja, ich habe zwei Söhne. Ja, ich habe zwei Söhne. Am 15. Januar noch 100 Prozent hier ist er hugging. Im Transform? Ja, ich habe zwei Töchter. Ja, ich habe zwei Töchter Nein, ich habe keine Kinder Nein, ich habe keine Kinder Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Kinder